Richtiges Medikament. Richtige Dosierung. Wir Krankenhausapothekerinnen sorgen für Arzneimitteltherapiesicherheit. Mein Name ist Eva-Maria Dedl und ich bin Krankenhausapothekerin in Linz. Wir befinden uns hier im Zentrum unserer Arzneimittelversorgung. Hier lagern rund 3000 unterschiedliche Arzneimittel und zwar von allseits bekannten Schmerzmitteln bis zu Spezialpräparaten aus aller Welt für seltene Erkrankungen. Eine funktionierende Logistik ist das Rückgrat in jedem Spital. Zusammen mit Ärzten und Pflegepersonal sorgen wir Krankenhausapothekerinnen und Apotheker dafür, dass das erforderliche Medikament in der richtigen Dosierung und der richtigen Qualität bei den richtigen Patientinnen und Patienten ankommt. Und zwar so schnell wie möglich. Wir kombinieren Geschwindigkeit und Flexibilität in der Arzneimittelversorgung. Jeden Tag bringen wir im Schnitt 3000 Packungen Medikamente zu den Patientinnen und Patienten auf die Stationen. Wir sind der Garant für die optimale Arzneimitteltherapiesicherheit. Mit uns Krankenhausapothekerinnen gehen Sie im Spital auf Nummer sicher. Dokumentlich. Dokument. Desteuerk. KÖRV7 Untertitelung des ZDF, 2020